Das HiFi-Studio Sulzer existiert seit weit über 40 Jahren, immer auf dem Platz Zürich, da seit 1978. Das war eines der ersten HiFi-Geschäfte in Zürich und einer der ersten, die High-End-Produkte aus den Staaten importiert hat in die Schweiz, weil es dazumal mal keine Distributionen gegeben hat. Wir befinden uns im ersten Vorführraum, wo wir Einsteiger Mittelklasse-Produkte haben. Wir arbeiten sehr gerne mit der BMW, mit der 600-700-Serie, die man im Hintergrund sieht, kombiniert mit Marantz und Rotel. Weitere Produkte sind KEF, Lautsprecherbereich DALI. Bei der Elektronik haben wir NAD und eine grosse Auswahl an All-in-Wand-Geräten. Angefangen von Advanced Acoustic, über NAD, über AVM. Unser zweiter Hörraum ist eigentlich der High-End-Hörraum. Also wirklich für Poliden, die wir führen. Da sind wir sehr stolz darauf, dass wir die BMW-Serie, die 800er, eigentlich komplett hier hinten haben und vorführen können. Neben anderen Produkten, wie die Bauermeister, wo wir natürlich ebenfalls auch stolz sind, die hier im Laden zu führen. Mit Lautsprecher, Elektronik und so weiter. Das ist die Kombination Klasse-Audio mit der BMW 802. Eine hervorragend klingende Kombination. Klasse-Audio arbeitet mit der BMW zusammen, kommt aus dem gleichen Haus und sind effektiv aufeinander abgestimmt. Was man deutlich gehört, dass die Kette hervorragend spielt. Die Kombination Klasse BW ist extrem musikalisch, sehr differenziert mit einer wunderbaren Bühnenabbildung. Das macht einfach die Freude zu hören und gibt einem stundenlangen Hörgenuss ohne Stressfaktor. Beim HiFi-Sulzerk finden Sie effektiv ein HiFi-Paradies. Mit sehr vielen ausgewählten Produkten in allen Preisklassen, wo es sich auf jeden Fall einmal lohnt, vorbeizuschauen. Vielen Dank!